Willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir haben die dritte Glutsonne, oder wie das Ding heißt, beim letzten Mal. Ist doch nicht mein Problem, wenn du hier nicht runterlaufen kannst. Also ehrlich mal, was schreit die mich direkt so an? Eine Unverschämtheit. Wir sollten mal gucken, dass wir wieder Haipflanzen kriegen, weil wir haben echt ein Problem. Ich muss nach unten. Also hier lang. Da liegt eine Maschine. Okay, mein Fokus empfängt wieder ein Signal. Ja, genau da hinten will ich hin. Ja. Da will ich hin. Oh Gott. Oh Gott. Warte, was war das denn? 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 Meine Position ist aufgeflogen? Warte, was war das denn? Warte, was war das denn? Uh-oh! Okay, warte, was war das denn? Tutorials? Puh, was war das denn? Ich muss da rüber, weil sonst komme ich nicht drauf. Oh-oh! 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 Ich kann hier nicht einfach durchlaufen. Ich kann hier nicht einfach durchlaufen. Oh-oh-oh! Den muss ich wohl erst noch aus dem Weg räumen. Oh-oh! 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 Wunderbar! Perfektes Timing, oder? Nein! Verdammt, Drecksvieh. Das ist das Problem, weil wir haben einfach nichts um uns sein zu können. So, das war die Rache. Ich glaube, ich kann von hier aus auf den langen Hals springen. Genau das habe ich vor. So, da oben fliegt schon wieder. Ach du Scheiße. Ich muss zum Kopf des langen Halses hochklettern. Jaha. Ich darf jetzt nur nicht daneben springen, ne? Kann ich da vorne dran springen, weil anders geht's ja nicht, ne? Oh nein. Okay. 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 Was ist das? Na toll, das hat ja echt gut geklappt. Wo bin ich denn jetzt? Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Da hinten kommt er. Hä, wo ist der hin? Da. Ich hoffe der kommt hier rum. Oh oh, oh oh. Verschwinde. Wo ist der? Da hinten läuft er. Dass sie da drüben nervt. Da hinten läuft. Da hinten läuft. Nimm mich mit! Oh man. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Eieieiei. Hier haben wir noch so einen Manditenversteck. Das werden wir aber als nächstes machen. Gut, ich würde sagen, wir steigen direkt mal wieder ab, ne? Tschüss! Hey, da oben ist ne Quest. Zwei Punkte haben wir. Machen wir mal das hier. Teile abschlagen ist auch nicht so schlecht, ne? Ja. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir gehen jetzt einfach hier hoch. Okay. Was war das? Was, was, was? Auf in die eisige Wildnis. Das können wir noch nicht machen. Das haben wir gerade... Genau, das ist das. Die Stadt der Sonne. Hier haben wir erstmal alles. Das können wir noch nicht. Das haben wir. Okay, das sind die Jagdgebiete. Die beiden haben wir. Wir müssen bald neues Manditenversteck jetzt hier finden. Schauen wir mal. Allerdings hätte ich echt nichts dagegen. Wenn wir uns vorher mal ein bisschen heilen könnten. Das nehme ich lieber mit. Und drauf ist keiner, oder? Nee. Ah, da können wir ja mal drauf gehen. Jetzt sieht man aber noch nichts. Na schön. Okay, das war unvorsichtig, egal. Ach. Hey, ich hab was gefunden. Ein Alarm. Sie dürfen ihn nicht erreichen. Willst du spielen? Willst du spielen? Hier ist eine Einladung. Jetzt. Ich kriege dich. Oh! Wir fänden an! Hallo! Du bist am Ende! Oh! 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 Du bist am Ende! Oh! Oh! Ist klar! Dass man teilweise Dass die teilweise angreifen können, wenn wir die gerade schlagen. Wenn wir getroffen werden Tauben und Watt zurück und die können uns dabei angreifen. Na gut Aber ich war auch etwas unvors... Ich hab gesehen wo du warst. Die neuen Siedler wissen Kunst nicht zu schätzen. Sie hatten... Dein Berg schon in einem Graben entsorgt. Aber ich konnte die Zeichen lesen. Die Kratzspuren im Dreck. Die Überraschungsspritzer. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Neil! Noch immer auf Banditenjagd? Oh ja! Ich habe meine Klinge gewetzt, weil ich einen Kampf gewittert habe. Missversteh mich nicht. Aber dieser Abschaum stinkt. Und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft. Wie Räucherwerk. Und? Wie heißt dein Messer? Wozu braucht dein Messer einen Namen? So viel zum Plaudern. Bist du bereit? Aber glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Keine Angst. Wir nehmen dein Geheimnis mit in ihr Grab. Kommt er jetzt mit oder was? Das wäre ja cool. Tatsächlich! Wunderbar! Dann können wir uns jetzt zu zweit machen. Wunderbar! 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 Ohiwui! Ha! Sehr nützlich! Das Senden ist der Alarm, okay. Ja, genau. Jetzt gibt mein... Jetzt hab ich wieder... Dankeschön. Dich, würd ich mal sagen. Der Alarm wird das ganze Lager aufwecken. Und alle in der Umgebung. Okay, shit, sie haben was gemerkt. Der Alarm war hier. Das wird wehtun. Sehr sogar. Mach endlich das verdammte Zulade. Denen ist niemand mehr aus. Idiot. Idiot. Das ist dein Engel. Ich habe sie verloren. Ist das laut. Alter. Das war laut. Aber wir haben es geschafft. Wunderbar. Das dritte Banditenlager. Soviel zum Thema leichtes Gepäck. So. Ja. Ich hörte, dass König Erwart Angst davor hat, seinen Bruder zu verletzen, falls er Sonnenfall angreift. Er hatte kein Problem, darum zu bringen. Erstmal schnell alles einsammeln, dann werden wir da gleich vorne am Feuer speichern. Schwer. So. Und durchschlagskräftig. Ich glaube, wir haben alles. Endlich können wir uns hier niederlassen. Danke. Ja, bitteschön. So, wo war jetzt das Feuer? Ach genau, das ist das, was nicht geht. Moment, hier haben wir noch. Sie ist da entlang. Wo war das Feuer? Hier hinten. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, das war es für heute. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Erstmal bis dann und ciao.